Bei einem Frontalzusammenstoß am Sonntagnachmittag kurz vor 18 Uhr bei Hilsbach sind nach Angaben der Polizei die beiden Fahrzeugführerinnen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in einem Kurvenbereich der Kreisstraße 4282 zwischen Hilsbach und Elzens. Zu der genauen Unfallursache konnte die Polizei bisher noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu hat der Verkehrsdienst Mannheim aufgenommen. Die beiden schwer beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden.